Hallo, ich bin Nico von der Ikonenschmiede und ich zeige bildenden Künstlern, wie sie mit authentischer Selbstvermarktung endlich erfolgreich ihre Kunst verkaufen. Herzlich willkommen zum Kunstverkaufen-Podcast, dem Podcast, bei dem du als bildender Künstler endlich verstehst und lernst, wie du erfolgreich deine Kunst vermarktest und schließlich auch verkaufst. Und in dieser 148. Episode des Kunstverkaufen-Podcasts möchte ich eine Frage vom Ruben beantworten, denn Ruben hat mir eine Nachricht gesendet und das kannst du übrigens auch tun unter atikonenschmiede auf Instagram. Ich freue mich immer wieder über Feedback, Kritik und natürlich eben auch Themenvorschläge. Nur so kann ich bedeutungsvolle Inhalte für dich schaffen, nur so kann ich Fragen beantworten und an der Stelle der Hinweis, wer weiß, wie lange ich noch kostenlos Fragen von Künstlern beantworte. Deswegen beeil dich und sei nicht schüchtern, stell mir jetzt deine Frage, geh auf Instagram atikonenschmiede und schreib mir deine Nachricht. Und genau Ruben hat mir eine sehr wichtige und interessante Frage gestellt, denn er bezieht sich auf eine Folge aus der Episode 12, also relativ früh am Anfang meiner Podcast-Serie. Und zwar habe ich darüber gesprochen, dass man täglich mit Personen der eigenen Zielgruppe aktiv auf Instagram interagieren soll. Das bedeutet, man sollte jeden Tag den Kontakt suchen und jeden Tag interagieren. Jetzt ist seine Frage, wie kann man das machen, ohne aufdringlich zu wirken und trotzdem ehrliches Interesse bei der Zielgruppe wecken? Wie kann man das wecken? Und darum geht es heute, denn es ist erstmal auch für dich wichtig, lieber Ruben, das, was du auch aus dem alltäglichen Leben schon kennst, auch anzuwenden auf den Instagram-Lifestyle. Instagram ist eine sehr tolle Plattform aus dem Grund, weil du relativ viel darüber erfährst, wie Menschen gerne sein wollen würden und nicht, wie sie wirklich sind. Das ist wichtig auch zu erkennen, weil sonst da man sehr gerne sich mit anderen Menschen vergleicht und dann auch mal depressiv wird. Also da gibt es ja sehr viele sehr traurige Geschichten zu diesem Thema, wie Menschen sich eben dann in die Depressionen reiten, weil sie auf Instagram ständig sich vergleichen mit anderen Leuten, die irgendwie sich im Chat ablichten und sowas. Und deswegen ist wichtig zu verstehen, dass das, was auf Instagram gepostet wird, immer nur die Idealdarstellung dessen ist, was die Menschen für sich selber gerne hätten. Das heißt, sie fotografieren sich gerne auch mal vor prunkvollen Szenerien, damit sie auch eine gewisse Wirkung nach außen haben. Deswegen, diese Dinge sind für dich sehr, sehr wichtig. Du kannst dann für dich selber herausfinden, wenn die Leute sich beispielsweise vor einem teuren Auto zeigen und so weiter, dann weißt du, dass dieser Person besonders wichtig ist, dass sie Status dann auch darstellt und auch kommuniziert. Das heißt, du kannst ganz genau auf diese Punkte eingehen, falls es für dich interessant ist. Wenn du diese Zielgruppe hast, die sich eben genauso darstellt und auch ablichtet, dann weißt du, dass sie genau auf diese Punkte sehr, sehr positiv reagieren. Also da dann auch den Kontakt suchen und genau auf diese Punkte reagieren. Bisschen längere Beiträge schreiben, nicht einfach nur, oh, tolles Auto, sondern ein bisschen mehr ins Detail gehen. Weil du weißt ganz genau, wenn diese Person sich mehr mit solchen Themen auch beschäftigt und solche Themen dann auch kommuniziert und auch mal in den Storys immer wieder dieselben Dinge zeigt, dann weißt du ganz genau, dass dir diese Themen wichtig sind. Und dann geht es darum, diese Gemeinsamkeiten im Vorfeld dann auch ein bisschen oder im Nachhinein dann auch ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen. Denn wir umgeben uns gerne mit Menschen, die dieselben Werte und Überzeugungen haben wie wir selbst. Weil dann haben wir das Gefühl, dass die Leute um uns herum eben unsere Gefährten sind. Sie verstehen uns. Sie sind auf derselben Reise wie wir. Sie haben denselben Kompass. Derselbe Wertekompass. Der ihnen dabei hilft dann auch zu entscheiden, gehe ich jetzt hier links, gehe ich hier rechts, gehe ich hier gerade aus. Und deswegen ist es wirklich, wirklich wichtig zu verstehen, dass ehrliches Interesse nur geweckt wird, wenn du und deine Inhalte relevant sind für denjenigen, der sie erhält. Wichtiges Ding. Wenn du auf jemanden zugehst, der ist fremd, du unterhältst dich mit dem und ihr habt keine Kontaktpunkte, ist nichts da, worüber man sich unterhalten könnte, dann verläuft sich das im Smalltalk und am Ende kommt nichts dabei raus. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, dass man nicht für jeden auch ansprechend sein muss. Sobald man ein klares Statement formuliert, ist man immer auch nicht ansprechend für viele andere Menschen da draußen. Und genau darum geht es. Es ist auch kein Popularitätswettbewerb oder sowas da draußen. Es geht nicht darum, super berühmt zu werden, super viel Reichweite zu haben oder diesen ganzen Blödsinn, sondern es geht darum, Kunst zu verkaufen an Menschen, die wirklich ehrliches Interesse an der Kunst besitzen. Es ist natürlich wichtig, wie kann man überhaupt dieses Vertrauen dieser Personen erwecken. Ich habe jetzt Episode 12 hier vor mir stehen. Das ist ja schon ein bisschen lange her. Wir sind jetzt in Episode 148. In der Zwischenzeit gab es natürlich die ein oder anderen Erfahrungswerte, die ich jetzt auch mit einfließen lasse in den letzten Podcasts. Und deswegen möchte ich dich, lieber Ruben, darauf hinweisen. Es geht natürlich auf die Art und Weise schon, dass man jeden Tag mit den Personen auch primär mit den Personen zu tun hat. Und mit denen interagiert einzeln. Aber was ich jetzt mittlerweile mehr empfehle, ist der Kontakt zu Traumkontakten. Das bedeutet zu Menschen, die bereits Zugang haben zu deiner Zielgruppe, weil es reicht nur, dass du einen von meinetwegen 50 dieser Traumkontakte irgendwie auf deine Seite bekommst. Und dann empfiehlt er dich vielleicht weiter und du kannst damit potenziell sehr, sehr viele potenzielle Kunden erreichen. Das heißt Zeit sparen, mehr Menschen erreichen, indem du Kontakte aufbaust zu Menschen, zu Traumkontakten, die bereits Zugang haben zu deiner Zielgruppe. Dadurch sparst du dir sehr viel Zeit. Dadurch sparst du dir sehr viele Mühen. Und vor allem, du erkennst dann auch in den Beiträgen, die eben dieser Traumkontakt postet, welche Dinge gut ankommen, welches Messaging gut funktioniert, welche Sprache dieser Traumkontakt nutzt und ob du da vielleicht auch irgendwelche Muster erkennst, anhand deren du dann auch Rückschlüsse ziehen kannst. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, nochmal ehrliches Interesse wird erst geweckt, wenn man relevant ist für den Leser. Das bedeutet auch, wenn diese Person dich weiter empfiehlt, dann hast du eine super Möglichkeit, da auch gleich diese Brücke zu überwinden und zwar die erste Hürde, um überhaupt das grundsätzliche Vertrauen aufzubauen. Denn wenn dich jemand weiter empfiehlt, der bereits Vertrauen genießt von deiner Traumkunden Zielgruppe und die dich aber noch nicht kennen, aber diese Person dich weiter empfiehlt, dann werden sie dir eine Chance geben. Sie werden dich genauer ansehen und ein paar davon werden dem Ganzen dann noch mehr folgen. Das heißt, spar dir Zeit, geh diesen Weg. Aber gleichzeitig würde ich dir empfehlen, wenn du auf Instagram Leute hast, die halt regelmäßig auf deine Sachen antworten, mit dir interagieren, dann pack sie einfach in so eine Gruppe, mach dir vielleicht eine Notiz auf dem Handy, wo du dann die Namen rein einfügst, vielleicht die Links zu diesen Kanälen meinetwegen und dann gehst du da jeden Tag mal durch und schaust, was sie da gepostet haben und dann gehst du eben auf deren Beiträge ein. Das ist wie eine Freundschaft. Ruben, genau das ist es. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Du baust Freundschaften auf. Wie geht das? Indem man immer wieder die Themen auch hervorhebt, die man gemeinsam hat. Gemeinsamkeiten schaffen eben Bindung. Und wenn wir viele Dinge gemeinsam haben, du und ich, Ruben, dann werden wir uns sehr gut verstehen und genauso ist es eben auch online. Viele Menschen sind online einfach nur aus dem Grund, weil sie sehr einsam sind. Das hört sich sehr makaber und böse jetzt an, aber es ist tatsächlich so. Die meisten Menschen sind sehr isoliert und das Internet, meiner Ansicht nach, macht es nicht gerade besser, weil man sich immer wieder auch mit anderen Menschen vergleicht und dann das Gefühl hat, alleine zu sein. Zumindest ist das eben auch in vielen Studien eben auch das Ergebnis, dass viele Menschen dadurch auch wirklich einen depressiven Hang entwickeln. Und genau wir können das andersrum auch nutzen. Das bedeutet, du gehst einfach direkt auf diese Menschen zu und zeigst denen, hey, ich bin wirklich an dir interessiert. Ich bin wirklich an den Themen auch interessiert, die du persönlich auch ausgewählt hast. Und da beginnt eben auch der schmale Grat zwischen Heuchlerei und Interesse. Wenn du deinen Traumkunden im Vorfeld schon richtig gut definiert hast und du ganz genau weißt, was ihm wichtig ist und welche Themen für ihn interessant sind, dann kannst du diese Themen dann auch ansprechen, ohne dich zu fühlen, als würdest du jemandem irgendwie was vorlügen. Wenn man aber, wie die meisten Künstler da draußen, sich als Ziel setzt, ja, ich möchte Menschen erreichen, die sich für Kunst interessieren und viel Geld haben, dann wird man auf einer sehr oberflächlichen Ebene mit vielen Menschen zu tun haben, die einem überhaupt nicht entsprechen und die einem das Leben zur Hölle machen. Weil es geht darum, dass du dir auch ein langfristiges Unternehmen aufbaust und nicht kurzfristige und schnelle Ergebnisse erzielst, die dann später nicht wirklich eine langfristige Basis schaffen. Es geht darum, langfristig zu denken und das geht am besten, indem man halt einen Kundenstamm hat, mit dem man sich gerne umgibt. Deswegen muss man sich im Vorfeld ganz klar darüber im Klaren sein, welche Werte möchte ich selber in meiner Kunst kommunizieren, welche Themen sind denn in meiner Kunst präsent und dann zu schauen, wer ist denn auch eventuell daran interessiert und der Schnittmenge aus dem, was dich interessiert und dem, was deinen Kunden, deinen Traumkunden interessiert, ist dann eben der Bereich, in dem sich deine Kunst ansiedelt. Das ist der Bereich, in dem sich auch dein Messaging ansiedelt, also das Marketing, was du denn auch sagst und vor allem, wie du es sagst und vor allem in was von einer Frequenz und dann auch die Frage, wie kann ich noch mehr Menschen erreichen. Ja, Marketing wird gerne verwechselt mit, wie soll ich sagen, die meisten Menschen da draußen produzieren Inhalte, um andere zu beeindrucken. Ja, das ist halt kein besonders kluger Weg. Inhalte sollten nicht beeindrucken, sondern sollten inspirieren. Ja, sie sollen dem Kunden dabei helfen, Vertrauen dir gegenüber und deiner Kunst gegenüber aufzubauen. Es geht nicht darum, besonders klug, toll und intelligent auszusehen oder erfolgreich auszusehen, weil das kann sehr einfach gefakt werden und gerade diejenigen, die sich besonders im Vordergrund stellen und zeigen, hey, schau mal, was ich habe, die werden mehr mit Neid angefeindet und machen sich angreifbar und das macht dann auch keinen wirklich großen Spaß, wenn du ständig mit solchen Menschen zu tun hast, die dir eigentlich nichts Gutes haben, nichts Gutes wollen und deswegen mach dich nicht angreifbar, konzentriere dich auf die Dinge, die wirklich wichtig sind und konzentriere dich vor allem darauf, Inhalte zu produzieren, die deinen Kunden interessieren. Wenn du weißt, wer dein Traumkunde ist, wenn du diese Themen ganz klar definieren kannst, was ist sein Mangel, was fehlt in seinem Leben, wenn jemand ständig seine teuren Autos postet und davor posiert, dann weißt du, dass im Status sehr wichtig ist. Warum Status? Weil er dadurch das Gefühl hat, mehr Kontrolle zu haben, auch sozial, weil er vielleicht das Gefühl hat, wenn er keinen Status hat, dann ist er nicht Herr seiner Lage oder er erfährt keine Zuneigung. Es gibt ja eine sehr einfache und simple Aussage dazu, dass auch gerne Marketing genutzt wird, obwohl es ein bisschen spirituell wirkt. Alles, was wir tun, sagen, was auch immer, ist immer entweder ein Akt der Liebe oder ein Ruf nach Liebe. Deswegen, wenn man sich mal die Beiträge generell durchliest, ich mache das sehr gerne, weil es für mich halt auch irgendwie so eine Studie ist, um zu schauen, wie sich dann halt auch das Konsumverhalten und Nutzerverhalten von bestimmten Personengruppen eben auch entwickelt. Wenn du dir diese Posts anschaust und anschaust, welche Dinge dort kommuniziert werden, auch wenn du über deinen Traumkontakt beispielsweise gehst und dort schaust, welche Themen werden angesprochen, welche Interessen werden angesprochen und dann siehst du, hoppla, an diesem Beitrag sind über 100, 200 Kommentare, alle ziemlich ausführlich und es polarisiert sogar. Die Menschen streiten sich sogar, dann weißt du, dass du wirklich Kernthemen angepeilt hast. Du hast Kernthemen gefunden, die du verarbeiten kannst in deiner Arbeit. Es geht nicht darum, allen es recht zu machen oder irgendwie besonders populär zu sein oder sowas. Das ist Blödsinn. Es geht darum, die Themen anzusprechen, die wichtig sind für deine Zielgruppe und damit wirst du sicherlich auch Menschen verärgern bzw. Menschen auch abschrecken oder es werden Menschen sehr viel Energie investieren, um ihre eigenen Glaubenssätze dann vor dir zu rechtfertigen und sie zu verteidigen und dann weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist. Aber wenn du halt den Weg gehst über, ich beeindrucke dich mit dem, was ich habe, was ich mache und so weiter und stelle das im Vordergrund und mache einen auf mysteriös, dann funktioniert das eben nicht so gut. Wir sehen das dann immer bei diesen Kardashians und wie sie alle heißen und dann versuchen wir einfach das nachzumodeln und schreiben irgendwie nur zwei, drei nette Worte dazu und denken, dass das dann irgendwie Millionen von Klicks bekommt. Die Vorarbeit dahinter ist natürlich eine ganz andere gewesen und vor allem erkennt man diese Personen schon aus einem ganz anderen Kontext. Und das ist eben auch der Grund, warum ich bisher auch noch keinen einzigen Beitrag gepostet habe und über 600 Follower jetzt auf Instagram habe, obwohl ich nichts poste, gar nichts. Und das hängt nicht damit zusammen, dass ich super toll bin auf Instagram oder was auch immer, sondern weil die Menschen über andere Kanäle auf mich kommen. Das heißt, das, was man auf Instagram sieht, auch an Follower schafft von den Leuten, die man vielleicht selber bewundert oder wo man gerne hin möchte, das ist nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Das ist nur ein kleiner Teil der Realität dessen, was im Hintergrund passiert. Die Unmengen an Werbebudget, die da rausgeballert werden, diese Teams, die dahinter stehen, die Fotos, die gemacht werden müssen bei irgendwelchen Shootings. Da ist der halbe Tag verschwendet für einen Instagram Account, während da eben auch Zeit investiert werden kann in die eigene Kunst. Deswegen, es geht darum, nicht zu beeindrucken, sondern zu inspirieren. Wir wollen andere Menschen zeigen, vor allem denjenigen, die eben unseren Traumkunden entsprechen. Hallo, ich verstehe dich. Ich weiß, wo du bist. Ich weiß, wo du hin möchtest. Ich weiß, was dich davon abhält. Ich verstehe dich. Es ist okay, dass du dort bist, wo du jetzt bist. Ich helfe dir dabei, dort anzukommen, wo du hinkommen möchtest. Jetzt denken sich viele, ja, wie soll das mit Kunst funktionieren? Jetzt stell dir vor, du siehst jeden, du stehst morgens auf und du hast jeden Tag ein Bild von einem aktiven Schlachthof in deinem Wohnzimmer. Ein Meter auf zwei Meter mit viel Blut, mit viel Elend. Jetzt schaust du dir das mal zwei Monate lang an. Du, jedes Morgen, jeden Morgen, wenn du ausstehst, siehst du dieses Bild. Was denkst du, wird das mit dir machen? Es wird natürlich verändern, wie du fühlst, denkst und schließlich auch handelst. Es wird verändern, wie du dich selber siehst. Es wird verändern, welche Dinge du wichtig findest. Es wird verändern, welche Eigenschaften und Fähigkeiten du dir aneignest. Und es wird auch verändern, wo du dich wie auch aufhältst. Das ist einfach eine ganz normale, logische Folgerung. Und genauso ist es eben auch, wenn man Kunst macht, die gewisse Ideale darstellt, Werte auch kommuniziert. Und diese könnten höchstpersönlich sein. Es kann auch was ganz Simples sein, wie Schönheit. Aber auch Schönheit ist sehr subjektiv. Deswegen sollte es immer ein zentrales Thema geben, mit dem sich eben auch dein Traumkunde identifiziert. Und diese Themen sollten dann eben auch kommuniziert werden in den eigenen Beiträgen. Und wenn du dann auch mit Traumkontakten ständig im Kontakt bist, mit denen interagierst, auf deren Themen eingehst und dann dort halt auch versuchst, Kontakte aufzubauen, nicht einfach mit der Brechstange versuchst, die Menschen irgendwie von dir zu überzeugen, sondern erstmal ihnen Aufmerksamkeit schenkst, dann wirst du sehen, dass nach einer gewissen Zeit die Menschen auf einmal auf dich zukommen. Wenn du anderen Menschen Aufmerksamkeit schenkst, ehrliche Aufmerksamkeit, ehrliches Interesse, dann werden sie irgendwann dir auch ehrliches Interesse schenken. Vielleicht wird es nicht direkt von ihnen kommen, aber es wird von anderen Seiten kommen. Ehrliches Interesse wird immer mit ehrlichem Interesse belohnt. Auch im Verkaufsgespräch immer dasselbe. Es geht nicht darum, den Menschen zu beeindrucken beim Verkauf und zu sagen, schau mal, wie toll ich bin, wie lange ich an dem Kunstwerk gearbeitet habe. Und ich bin übrigens richtig toll, weil ich habe dort und dort studiert. Das will kein Mensch hören. Und derjenige, der das hören möchte, ist vielleicht daran interessiert, da eine gewisse Wertsteigerung dann drin zu erkennen und ist vielleicht Zwischenhändler und interessiert sich eigentlich auch nicht wirklich für deine Intention. Der sieht da halt den Wiederverkauf dahinter. Aber jemand, der auf dich zukommt, aufgrund deiner Selbstvermarktung, der will natürlich persönlich angesprochen werden. Deswegen geht es auch darum, erstmal zu ergründen, wo die Person selber gerade steht. Was ist für sie wichtig? Wo möchte sie hin? Was ist ihr überhaupt nicht wichtig? Besitzt sie bereits Kunst? Wie sieht diese Kunst aus? Wie sieht denn ihre Inneneinrichtung überhaupt aus? Gibt es da sehr prägnante Farben? Gibt es da irgendwas, das sehr dominant heraussticht? Wollen sie vielleicht ein Kunstwerk, das sich besser einfügt in das bestehende Farbensemble des Wohnzimmers oder etwas, das eher als Farbaspekt rausspringt? Soll es eine symbolische Wirkung haben oder soll es sie dabei unterstützen, eine gewisse Grundatmosphäre in diesem Wohnzimmer vielleicht zu etablieren? Das sind alles Dinge, die du übrigens auch in der Ikonenschmiede Akademie erfährst und lernst. Da haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, inklusive eben halt auch so einem Skript, in dem du eben auch Schritt-für-Schritt lernst, wie du was dann auch ansprichst in den Verkaufsgesprächen, weil das ist auch etwas, das strategisch und sinnvoll auch erarbeitet werden sollte und wo man nicht einfach unvorbereitet reinrennt. Und genau dieselben Dinge, genau dieselben Prinzipien sind auf allen Ebenen wichtig. Erstmal zu verstehen, mit wem habe ich es zu tun? Wenn ich nicht weiß, was dich begeistert, Ruben, wenn ich nicht weiß, was dir wichtig ist, wenn ich nicht weiß, welche Interessen du hast, dann kann ich dir kein Geschenk machen. Dann schenke ich dir Socken zu Weihnachten, weil ich es nicht besser weiß oder vielleicht Whisky oder keine Ahnung, weiß nicht, was man sich halt so schenkt. Aber es kann bedeuten, dass du vielleicht gar keinen Alkohol trinkst. Oder du gar keine Socken trägst. Wer weiß. Es ist wichtig zu verstehen, mit wem man es zu tun hat. Nur dann kann man der Person eine Freude machen. Und deswegen sage ich auch, Kunst hat halt die Aufgabe, auch einen Beitrag zu leisten. Kunst hat die Aufgabe, positive Veränderungen zu inspirieren in dieser Welt. Menschen darauf zu konzentrieren, was sie verändern können und sich besser auch zu fühlen. Es geht darum, sich daran zu erinnern, welche Ideale sie selbst auch verfolgen könnten und sollten. Das ist die Aufgabe von Kunst. Und deine Kunst kann ihnen dabei helfen. Aber dazu musst du erstmal verstehen, wen du erreichen möchtest und was ihm wichtig ist. Und ob du dich mit dieser Person auch tagtäglich umgeben möchtest. Weil Überraschung, Überraschung. Es ist halt einfach so, dass das auch deine Realität dann sein wird. Wenn du dann hauptberuflich Künstler bist, dann wirst du jeden Tag mit Kunden zu tun haben. Und am besten mit Kunden, mit denen du dich auch gerne umgibst, die wirklich ein ehrliches Interesse an denselben Themen haben, die du in deiner Kunst verarbeitest und vor allem eben auch das Budget zur Verfügung haben, um sich das zu leisten. Und vor allem, wenn du jemanden erreichst, der sich genau diesem Traumkundenprofil auch nähert, dass du dir vielleicht im Vorfeld imaginär oder vielleicht auch physisch auf Papier gebracht hast, wenn er dem entspricht, dann kannst du davon ausgehen, aufgrund seiner Konstitution, also seiner Identität, seiner Werte, seiner Eigenschaften, seiner Fähigkeiten, seiner Bedürfnisse, kannst du davon ausgehen, dass diese Person um sich herum auch Menschen hat, die genau dieselben Dinge wichtig finden. Also, es geht darum, diese Menschen für sich zu gewinnen, diese besonders gut kennenzulernen, diese wie Freunde zu behandeln, weil es sind deine Freunde. Und dann wirst du merken, dass diese auf einmal für dich Werbung machen. Und dann wirst du merken, dass diese dich weiterempfehlen. Und deswegen empfehle ich dir nochmal, um auf diese Sache zurückzukommen, es geht darum, Gemeinsamkeiten zu kommunizieren. Es geht darum, die Erfolge anderer Menschen zu bejubeln, sie uns dazu unterstützen, ihnen ein Freund zu sein und da zu sein und die Person zu sein, der sie vielleicht auch folgen können. Wir umgeben uns gerne auch mit Menschen, zu denen wir auch ein bisschen aufschauen können, deren Qualitäten und Eigenschaften wir vielleicht ein bisschen bewundern und für uns selber auch annehmen möchten. Und du kannst diese Person sein, Ruben. Es geht nicht einfach nur darum, irgendwie Farbe auf Leinwand zu klatschen, sondern die Person zu erschaffen, die man selbst bewundern würde, um sie dann anderen Menschen zu widmen. Welche Inhalte solltest du produzieren? Du solltest nicht Inhalte produzieren, die Menschen primär beeindrucken sollen. Es geht nicht um den eigenen Status, es geht nicht um die eigene Wirkung, es geht darum, immer und immer und immer wieder zu verstehen, dass der Kunde an sich nur daran interessiert ist, was für ihn wichtig ist, was für ihn relevant ist. Und das sind eben Themen, die ihm dabei helfen, die ihm dabei helfen, eine informierte Kaufentscheidung zu treffen. Also zu verstehen, dass du in seinem Interesse handelst, dass du eine klare Intention hast und du einer roten Linie folgst, weil das schafft Vertrauen. Kontinuität ist immer ein Zeichen für Professionalität und dann werden sie deiner Arbeit auch ein gewisses Vertrauen zusprechen und beimessen. Und natürlich sehen sie dann, was du schreibst und was du dann künstlerisch machst. Geht Hand in Hand, das ist natürlich dann verstärkt die Wirkung, verstärkt die Intention. Dann hast du im dritten Zug dann natürlich die Fachkenntnis. Es reicht nicht einfach nur dort zu bleiben, wo man gerade ist. Wie sagt man so schön? Ich glaube Aristoteles oder Sokrates, ich weiß nicht, ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen brillieren mit super, super klugen Zitaten. Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden. Und genau das ist halt auch der Punkt. Man muss sich halt auch weiterentwickeln. Exzellenz sollte auch dein Standard sein oder den solltest du dir als Standard auch setzen. Dazu habe ich auch mal eine Folge gemacht. Ich glaube 146 war diese Episode des Kunstverkaufen Podcasts. Da gehe ich mehr darauf ein, dass du auch, Ruben, nach deinem eigenen Credo leben solltest und dadurch eben auch andere Menschen inspirierst, ihrem eigenen Credo zu folgen, ihrem eigenen Lifestyle zu folgen. Weil nur dann kommt Verstand und Seele in Einklang und nur dann hat man die Möglichkeit, wirklich auch einen Beitrag zu leisten, der über das eigene egoistische Interesse hinaus dann auch andere Menschen wirklich, wirklich toll erreicht und berührt. Und genau darum geht es. Du willst doch am besten Kunst machen, die wirklich deinen Kunden auch berührt. Und deswegen hoffe ich, dass diese Folge des Kunstverkaufen Podcasts dir weitergeholfen hat. Es geht ganz klar darum, Inhalte zu produzieren, die Gemeinsamkeiten schaffen, die Gemeinsamkeiten auch kommunizieren. Ja, gewisse Statements, mit denen sich halt nur gewisse Menschen auch identifizieren. Wer sind diese Menschen? Natürlich deine Traumkunden. Wie erreichst du deine Traumkunden? Entweder direkt über Instagram, direkt, wenn du sie halt findest, die Menschen, die halt auch mit deinen Beiträgen interagieren. Oder du suchst dir Traumkontakte aus, also Beiträge beziehungsweise Seiten, Kanäle, Influencer, was auch immer. Leute, die halt auf jeden Fall schon Zugang haben zu den Menschen, die besonders deinem Traumkundenprofil entsprechen. Und dann kannst du darüber erstmal Kontakte aufbauen, darauf eingehen, ja, Gemeinsamkeiten kommunizieren, jeden Tag 15 Minuten meinetwegen mit diesen ganzen Storys interagieren, sich alle Storys ansehen, da auch einfach mal drauf reagieren, was dir persönlich auch gefällt und dann auch mal darauf eingehen, ein bisschen längeren Text schreiben, länger als die anderen und du wirst sehen, die meisten halten das manchmal vielleicht zwei, drei Wochen aus und dann springen sie zum nächsten, weil sie das Gefühl haben, ah, der Typ ist schwierig zu knacken. Du gehst da mit einer anderen Intention ran, Ruben. Es geht darum, langfristige Kontakte aufzubauen und dazu braucht es halt manchmal zwei, drei Monate und wenn diese Personen dann merken, ah, hoppla, der will nicht einfach mit der Brechstange mir irgendwas andrehen, sondern der ist wirklich daran interessiert, was ich da mache, er kennt auch, was mir wichtig ist, er weiß, wo ich bin und er weiß, wohin ich möchte. Wir haben dieselben Werte, wir haben dieselben Überzeugungen, wir haben sehr ähnliche Ziele, wir haben ein Gefühl von Zugehörigkeit zu einer höheren Sache vielleicht auch, vielleicht einen gewissen Beitrag, den jeder für sich dann auch leisten möchte und genau das ist dann, was dann auch solche Bündnisse schafft, wo du dann auch Gefährten hast, mit denen du gemeinsam auch Projekte umsetzen kannst und dann wirst du sehen, so ein kleines Projekt mit einem von diesen 50 Kontakten, du kannst ja auf Instagram einfach 100 solchen Traumkontakten folgen, mit allen interagieren und dann wirst du sehen, irgendwann kommt dann einer auch auf dich zu, vor allem wenn du an der Sache dran bleibst, Kontinuität zeigst und der wird dir dann auch mal vorschlagen, hey, wie wäre es, wenn wir einfach mal ein Interview mit dir machen und dann hast du auf einmal Zugriff und Zugang zu einer Zielgruppe, die wirklich, wirklich, wirklich ehrlich dann auch dir gegenüber auftritt und vor allem dir auch schon vertrauen, grundsätzlich Vertrauen dir gegenüber auch schon schenkt, weil sonst würde ja die Person, der sie bereits schon lange folgen, dich ja nicht weiterempfehlen und so hast du eine kleine Abkürzung geschaffen und vor allem auch eine langfristige Partnerschaft geschaffen, die dir halt auch dabei hilft, außerhalb von Instagram andere Menschen zu erreichen, sei es über Newsletter oder andere Social Media Kanäle. Ich hoffe, das war hilfreich für dich, lieber Ruben, falls ja oder falls nein, dann schreib mir einfach unter addikundenschmiede auf Instagram, auch du, wenn du jetzt eine Frage haben solltest, lieber Künstler, liebe Künstlerin, dann schreib mir unter addikundenschmiede auf Instagram, ich freue mich und ich verabschiede mich mit den Worten, die ich immer sage, ich wünsche dir den Erfolg, den du dir wünschst und wir hören uns morgen in der nächsten Episode. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020